Wir, die EG Metall Jugend, haben ein gemeinsames Ziel. Sicherheit und Perspektiven für die junge Generation. Deswegen sind wir aktiv für eine hochwertige Ausbildung, für gute Arbeitsverhältnisse, für die unbefristete Übernahme, eine gerechte Bezahlung und zukunftsfähige Bildung. Wir sind stark im Betrieb. Wir arbeiten zusammen für Mitbestimmung, Gleichberechtigung und gesunde Arbeitsbedingungen. Wir sind konsequent auf der Straße. Wir kämpfen vereint für die unbefristete Übernahme, starke Tarifverträge und sichere Arbeitsplätze. Und wir sind selbstbewusst in der Gesellschaft. Wir leben gemeinsam Toleranz, Solidarität und Gerechtigkeit. Stark an deiner Seite. Konsequent für deine Perspektiven. Selbstbewusst mit dir zusammen. Das ist die EG Metall Jugend. Das bist du.